einen wunderschönen guten tag meine tollen zuschauer herzlich willkommen zurück bei holo night wo wir letztes mal glaube ich heftig mal wieder in der arena verkackt haben und ich super mad wurde dass ich gesagt habe ich mache das offscreen aber ich war dann so mehr dass ich es nicht offscreen gemacht habe deswegen gehen wir jetzt hier weg weil ich echt die schnauze voll haben ich meine wir haben den double jump es gibt wichtigere dinge die wir aktuell erledigen können wie zum beispiel da runter gehen zu dem roten punkt wo man nur mit double jump weiter kommt das werden wir heute in angriff nehmen dafür geben natürlich rüber oh mein gott ich habe mich dann gedacht hat er wie ging das ja danke ich glaube ich bin zu weit oder stopp wo sind wir ich bin zu weit ja müssen wir zurück und zwar hier hin genau so hier gehen wir runter da können wir eigentlich auch ja je nachdem die flammen würde ich auch noch gerne quest da fertig machen und voll rein rennen sehr gut haben wir das jetzt mal ein neues leben dazu bekommen kommt mir so vor voll viele herzen mittlerweile was ich weiß nicht übrigens was ich von den aufgeladenen attacken halten soll ich bin minimal nicht begeistert wo sind wir da unten also vom damage sollte das eigentlich von hätten es tut es halt überhaupt nicht ja lass uns straight nach unten warum haben wir das noch nicht geholt habe ich das verpasst echt jetzt ja tatsächlich wo hat sich schon gelohnt hierher zu kommen bei 1200 kriegen wir auch ne komm mal jetzt kommen wir ja auch so hoch easy game es erleichtert einfach so viel dieser double jump und diese fiecher kurz heilen allein schon das das wäre so ne ich werde jetzt klar drunter geknallt aber es geht jetzt einfach vielleicht doch gar nicht mal so bad immer wenn sowas ist denke ich da muss irgendwas sein aber es ist nicht immer so zack zack so uns fehlen noch ein paar ja das war dumm ein paar einzelne wie es aussieht hier haben wir nichts mehr der sieht super verdächtig aus mit der mütze warum immer noch warum ich bin so unfähig waren das alle immer noch nicht was da haben wir noch eins jetzt haben wir alle schön heiliges grab eschener boden die geburt des königreichs ja 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 schön ich bin perfekt hier gelandet gott sei dank oder auch nicht wir müssen von oben hier entlang oder was ich will okay es geht nicht dachte ich kann mich so rüber porten man jetzt muss ich alles wieder außen rum ist das eine bank ist das eine bank ne ist keine bank geht es auch einen anderen weg rüber auch von unten oder ja von unten kommen wir auch entlang komm wir gehen von unten entlang alter alter schon wieder fast tot soo ich liebe euch soo wir sind hier müssen einmal hier rüber dann einmal darüber wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch ja ja war klar als ob ich hier unbeschadet durchkomme hilfe ich wollte nur kurz auf die map gucken schön endlich hier haben wir auf jeden fall eine bank hier oben journal journal eines wanderers hier haben wir die schöne bank map wurde aktualisiert kommen wir da oben raus es sieht nicht so aus ist auch cool gemacht gefällt mir jetzt bin ich mal gespannt was uns hier erwartet oh guck mal guck mal wie wir da gefunden haben ich weiß gar nicht wie heißt sie eigentlich ich glaub der name wurde schon nö gesagt irgendwas es oh gott ich werde es gleich erfahren du suchst nach der tiefen wahrheit die schwachen könnten dies nicht ertragen beweise dass du dafür bereit bist ich halte mich nicht zurück meine nadel ist tödlich und ich empfinde keinerlei trauer beim ableben eines schwächlings zeige mir dass du die vergangenheit dieses königreichs akzeptiert und verantwortung für dessen zukunft übernimmt also bis jetzt bist du enttäuschung nein bitte hilfe hilfe kurz heilen ja mach du dein zeug da ich heil mich ach die kammer kaputt schlagen okay sehr gut ach das war schon verweist für die entschlossenheit erfolg zu stark du könntest es schaffen wenn du den willen dazu hast doch könntest du dein hör mal auf doch könntest du deinen nagel wissen um seine tragische stimmung immer noch erheben im wissen um dich selbst dann tue es geist von highlands nest gehe voran brenne dir das zeichen auf seinen kanzler und beanspruche den königstuhl was die wache voll enttäuschung man ich dachte es geht jetzt erst richtig los und dann schon dead vor allem wo sind wir hier abgeworfener panzer brandzeichen des königs highlands nest wird für einen neuen herrscher anerkennen die tore des königreichs werden sich öffnen die schwarzen mauern oder ich glaube wir müssen hier raus sie hat mich gerettet mein gott sie hat mich gerettet sie ist sie steht auf uns sie steht auf uns moment kurz krass heißt wir erheben anspruch auf den königstuhl krass jetzt erst der doppelsamt und jetzt gleich noch die tür hinterher das ist schon viel viel für kurze zeit das werden wir natürlich jetzt gleich mal testen ob es das ist was ich denke wenn das steht die tore haben sich geöffnet dann kann es ja eigentlich nur hier sein oder wir haben doch hier gerade irgendwas bekommen mächtiger hieb sprint hieb wirbel hieb ja von mir aus zeichnet den träger als könig aus mögen sich die uralten städten von highlands jetzt davor öffnen welche ich dachte jetzt eigentlich ernsthaft ne ich glaube ich habe da so eine vorahnung das kann es auf jeden fall weg ich glaube hier ist noch so ein doppelt ab uns fehlt jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gefordert ich war mir ziemlich sicher dass die schwarzen tore sind die sich jetzt öffnen warum waren wir hier noch nie und was haben wir hier markiert hast du mich krass wenn es nicht das tor ist das fliegt halt überhaupt nichts was ich hier mache Leute was machen wir jetzt Schluck Kaffee trinken wir haben scheiße was machen wir jetzt was für Tore man also es gibt ja noch hier so ein komisches tor ne vielleicht ist da damit gemacht aber ich dachte hier brauchen wir alle ne alle ne alle masken alle ne was war hier eigentlich warum sind wir hier nicht weiter gegangen hier war das gleich mit dem double jump wo wir nicht weiter kamen oder also hier können wir auf jeden fall noch hoch das problem ist es ist super weit zum laufen ich meine wir auch noch den teleporter und warum sind wir hier nicht hoch auch double jump gell dann gehen wir da als erstes hin ne also hier jetzt alles nach links ne warte ne doch hier waren wir noch nicht da gehen wir jetzt hin hör mal auf die ganze sachen zu schießen warum kann der nicht mit zwei hits tot sein wir haben schon voll viel geld also ich hoffe war das schon da wo ich hin will oder nicht dass es dann dass ich da schon lang war wir werden es entschuldigung wir werden es sehen doch hier waren wir definitiv schon mal oder so nee waren wir nicht wir haben hier nicht mal ne map hä warum waren wir hier noch nie hab ich das knallhart übersehen oder was oder wegen dem vielleicht Bevor wir jetzt weitergehen. Ihr habt das selber gesehen, oder? Da ging es irgendwo grad hoch. Oh! Oh, guck mal. Hat sich schon gelohnt. Yeah! Juhu! Entschuldigung. Okay, cool. Da haben wir das schon mal. War knapp. Bip, 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 bip. Boah, ich kann da nicht so lange reingucken. Da wird mir anders. Wir müssen nochmal hoch. Ich hab das Gefühl, da war noch was. Nein? Okay. Man kann ja nie wissen. Ha, hu, ha, hu, ha, ha, ha. Also hier waren wir tatsächlich auch noch nicht maptechnisch. Bin ich mal gespannt. Eintreten? Oh. Oh, diese Stille. Oh. Bantera. Papa? Oh, was für eine Überraschung. Ich bekomme nicht oft Besuch. Es ist so lange her. Eine Ewigkeit. Ich hoffe nur, meine Manieren sind nicht eingerostet. Du hast ohne Zweifel meinen Wohlstand bemerkt. Du hast es erfasst. Ich bin bekannt. In der oberen Kaste von Heilandsland. Naja, ich war es einmal. Bis diese Dummköpfe mich rauswarfen. Hast du sie getroffen? Meine ehemaligen Kameraden? Das da draußen sind sie. Ihre Körper laufen geistesabwesend und leer umher. Und ich bin noch am Leben, um ihre elenden Untergang mit anzusehen. Ich bin so froh. Das Schicksal kann so wundervoll sein. Hm, kann es sein? Ihr seid endlich zurück. Nein, nein. Oh, Verzeihung. Vor einem Moment dachte ich, du wärst jemand anders. Du scheinst fast königlich. Einfältig, ich weiß. Es ist klar, dass du nicht von hoher Herkunft bist. So wie du zerlummt und voller Dreck herumläufst. Ist das Leben nicht wundervoll? Warte, wir gehen da noch mal rein. Dieser Jene wird ohne Zweifel durch die Nägel der Stadtwachen sein vorzeitiges Entfinden. Dich überlebe ich auch. Keine kleine Larve. So wie alle anderen. Wir gehen hier wieder raus. Boah, ist die nervig. Okay, das ist so eine Abkürzung nach oben. Aber hier wollen wir noch nicht entlang. Wir wollen natürlich noch weiter rumgucken. Oh, Hai. Das hier ist noch voll viel. Nur wer seine Ehre im Kampf oder Beweis stellt, darf in diesen Hain eintreten. Der Verteidiger. Ja, das machen wir gerne. Erst nach rechts. Wow, das war gut. Wer ist hier nicht? Was für eine Phase. Da ist ein Bossfight. Man sieht es an der Stachel. Freue ich mich gleich drauf. Okay, bevor wir hier weitergehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke schon fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.